Kontakt! Sie müssen sie alle lahmlegen, um die Generatoren zu deaktivieren. Damit dürfte der Energielevel weit genug abfallen, dass wir durchschlüpfen können. Verstanden. Ein Generator weniger. Gute Arbeit. Bleiben noch zwei. Kontakt! Verteidigte Stellung! Ändere die Position! Feind im Anmarsch! Schreckliche... ...menschliche Tod... ...menschliche Tod... ...menschliche Tod... ...menschliche Tod... ...menschliche Tod... ...mach handle. Ge 조심st du im k Crystal Crenhar. ...h OCAC. Schreckliche Tomate. Töne. Verstehlich? Vorsicht! Vorsicht! Aufpassen! Feind im Anmarsch! Feind im Anmarsch! Das ist der Letzte. Uns bleibt nicht viel Zeit, Gentleman! Er produziert mehr von ihnen! Feindlicher Commander! Feindkontakt! Aufpassen! Jetzt steht er auf unserer Seite! Setze Drohne ein! Setze Blob ein! Hogoli! Shri! Tien! Was ist das? Ach, der Schieffel! Sie halten Sie! Sie halten Sie! Uff! Sie halten Sie! Wir haben unsere Ineblob! Sie halten Sie! Wir sind weg! Feindlicher Schild wird aufgeladen. Bringen Sie ein Raketengeschütz in Störung. Der Arbeiten ist ohne Störung. Raketengeschütz zerstört. Wir haben ihn voll. Steigen Sie den Arm nach. Das ist der zweite Generator. Hier draußen sind eben die Notaggregate angesprungen. Legen Sie den letzten Generator lahm, dann schaffen die es nicht mehr. Ändere die Position. So, warten Sie da. Steigen Sie bereit? Panzer! Blob, eingesetzt! Bauen Sie Deckung auf! Stimulantien! Du bist auf! Ich bin hier im Kalapien! Die Generatorien sind abgeschaltet. Ausguss. Jetzt müssen Sie noch den Hauptschalter betätigen, um Ihre Verteidigungsanlagen lahmzulegen. Schon dabei. Haltet den Druck aufrecht. Ich habe ihn unter Kontrolle. Wir haben unseren Plop erledigt. Kugelschild aufbauen. Wir brauchen einen Bursch. Wir haben seine Schilde geknackt. Los, aufhalten. Wir haben Schilde. Komme über Zielverloren. Was? Der Erwägung. Wir haben einen Bursch. Die Britte, siehst du? Die Britte, siehst du? Die Britte, siehst du? Was hast du rausgefunden, Henry? Hey, das ist nicht Henry. Wer ist der Herrle, sind Sie? Weg da! Ich bricht dich! Nein, Scheiß seid ihr. Wir haben eine Klinz-Beruche, eine Inspektion. Es gibt ein neues Management. Ich will eine Auswahl in den Kunde. Das wird nicht nötig sein. Na los, knallen Sie die Bastarde ab! Wir müssen diese Dinge abschalten. Die Verteidigungsanlagen sind ausgeschaltet und wir gehen in Position. Was jetzt? Wir geben Schub und fliegen durch den Damm. Klar. Ich meinte, was soll ich tun? Sie müssen sich einen Weg zum Vengate suchen. Und zwar schnell. Ich erwarte heftigen Widerstand. Wir können dort nicht lang warten. Ich komme hin. Ich komme hin. Ich komme hin. Ich komme hin. Oh Gott! Ein Drang getreffen! Ich geh weiter! Doc, wohin jetzt? Runter vermute ich. Es weist alles darauf hin, dass die Aussagereinrichtung unter dem Damm ist. Danke, Doc. Los, Freunde. Es geht abwärts. Da, die Dreckschweine bekommen Panik. Das war verdammt knapp. Sie kommen näher. Befehle ich dir. Kontakt liegt. Warte auf die Sinne. Sie sind alle tot. Ziehen wir weiter. Carter, ich wollte Ihnen sagen, Sie sind ein verdammt guter Agent. Wenn morgen noch jemand am Leben ist, dann hat er es, Ihnen zu verdanken. Was wird das? Ein Nachruf? Jetzt gilt's, Carter. Eine zweite Chance bekommen wir nicht. Wenn diese Mission scheitert, gehört die Welt morgen nicht mehr uns. Dann scheitern wir eben nicht. Wir zerstören Mosaic und schalten Origin aus. Okay. Wir zerstören Mosaic und schalten. Sie meinen, wir fangen ihn mit dem Venn-Armband. Er wird von unschätzbarem Wert für uns sein, sobald wir zurückkehren. Es ist nicht gesagt, dass wir zurückkehren, Doc. Wir kehren zurück. Das ist der letzte. Das ist der letzte. Was war das? Na toll. Als ob's nicht schlimm genug war, hier durchzuwarten. Das ist der Hypnose-Krankheit nicht durchs Wasser übertragen. Geh weg! Ich habe lange nach dir gesucht. Lange. Ich möchte dir nicht stimmen. Ja klar. Das kannst du jemand anders erzählen. Wie war das, Commander? Haben sie das nicht gehört? Toll. Jetzt hört der Boss stimmen. Noch mehr von den Kleingrauen-Drecks-Kerlen. Wir warten da auf. Sie wehren sich nicht. Sie wirken ernstlich. Das sind Sklaven. Wahrscheinlich hat man die armen Kerle gezwungen, die Gates zu errichten. Los, weiter! Na kommen Sie, sollen die mir vielleicht noch leid tun? Wenn wir den Krieg nicht beenden, landen wir auch in diesen Stellen. Ich sterbe lieber, bevor ich zum Sklaven werde. Ich sterbe lieber, wenn wir den Krieg nicht beenden. Wir sind hier reichte Beute. Befehle bitte! Alle Ziele eliminiert. Wir sind hier reichte Beute. Wir sind hier in der Kanäle. Beide angegriffen. Ich gehe rein. Er ist unter Kontrolle. Ja, da ist er! Geblieb gesichert. Großer Gott, wir sind unter dem See. Wir sollten diese Anlage auf keinen Fall entdecken. Ich hoffe, wir haben sie rechtzeitig entdeckt. Wenn Origin uns kriegt, bevor wir ihn kriegen, ist es aus mit uns. Gut gemacht, Carter. Wir sind drin. Wir haben's geschafft. Ist hier jedenfalls. Die nächste Etappe unserer Reise macht mir Sorge. Moment. Was ist jetzt los? Nein! Verdammt, das Vengate. Es schließt sich. Sie haben es deaktiviert. Keine Panik. Carter, das System, das das Vengate steuert, ist in dieser Kammer. Bin schon dabei. Kein Kontakt! Dann lass uns mal das Kopfkino aktivieren. Achtung! Oh, Pussy! Ach! Pussy! Pussy! Monster Punkt! Knallen Sie diese Basterde ab! Setze Drohne ein! Bewegung! Gerade abrühren! Ihr bekommt Besuch, ihr Arschlöcher! Alle die Drohne verloren! Kommando, alles in Ordnung? Durchhalten! Hilfe! Das ist der Letzte! Willkommen, Origin! Hörst du mich? Wir haben einen Krieg zu gewinnen. Da müssen wir hin, Leute. Genau ins Herz ihrer Welt. Sightseeing muss warten. Wir haben einen Krieg zu gewinnen. Gut gemacht. Kommen Sie jetzt wieder an Bord und dann bringen wir es zu Ende. Ich habe ihn unter Kontrolle. Aufpassen! Commander, Sie sind verwundet! Heilung aktiviert! Stimulantien! Aktiviere Stimulantien! Ableckungsmanöver, los! Ableckungsmanöver, los! Der Schild, ihr geht nach! Unser Ableckungsmanöver ist missglückt! Er hat die Gedanke, hat alle durchbrochen! Schild, es ist uns, du brauch ein! Er produziert mehr von ihnen! Schild, wir machen! Der Hund, Verstärkung! Vorsicht! Die Brune, sie heim sießen! Perfe-Blob! Bombardieren! Los! Artillerieschlag unter mich! Starte Drohne! Los, draufhalten! Ich kann hochholen! Aufpassen! Alles in Ordnung? Haltet den Druck aufrecht! Die Haftung sind auch erledigt! Erwin! Gebiet gesichert! Stopp! Gut gemacht, Carter. Es ist noch nicht ausgestanden. Trotzdem danke. Loser Gott! Gleich haben wir es. Die sehen uns nicht? Noch nicht. Aber sie werden nicht aufhören, nach uns zu suchen. Der Faceplotter ist eingerichtet. Signal ist laut und deutlich, Doc. Ich setze die Koordinaten. Okay. Weiß jeder was er zu tun hat? Wir begeben uns zum Kern des Museignetzwerks und legen Heinrichs Sprengsatz. So ist es. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um Origin. Aber denken Sie daran, Carter. Sie müssen das Venn-Armband benutzen, um diesen Origin zu fangen und lebend hierher zu bringen. Ich werde mein Bestes geben. Wir haben aber ziemlich Wind gemacht, als wir durch das Gate kamen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sich auf diesem Frachter zu verstecken, ist deutlich unauffälliger. Ja, solange er uns hinbringt. Das tut er, wenn Sie die Koordinaten, die wir von Axis haben, an der Steuerkonsole eingeben. Sehr gut, da sollte noch eins sein. Scheiße. Scheiße. Ich kann gerade nicht, Doc. Das tut er, wenn Sie die Koordinaten, die wir von Axis haben, an der Steuerkonsole, 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 an der Steuerkonsole. Das tut er, wenn Sie die Steuerkonsole, an der 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 Steuerkonsole. Der ist unter Kontrolle. Huts auf! Huts auf! Du verschickst mich, was du willst. Die Menschen, die du bist, sind geblendet. Ich zeige dir die Wahrheit. Aufhören! Sie sind alle hoch. Ziehen wir weiter. Vorsicht, Hutton! Sie verfügen über Fremdsehung! Dann lass uns mal das Kopfkino aktivieren. Dann lass uns mal das Kopfkino aktivieren. Dann lass uns noch ein bisschen was. Dann lass uns mal das Kopfkino aktivieren. Da kommen Sie! Durchhalten! Schirmen Sie diesen Bereich ab! Die Hälfte ist aufsatz! Granate in Deckung! Wir brauchen einen Boost! Ändere die Position! Aktiviere Stimulantien! Verwirkung! 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 Wann die ganzию! D Glenn? Der Verwirkung! Ich bin durch an die Bände geklappt! Blöden! 49? Verwirkung! Schick das! Herr Mann, das ist in der Verwirkung! Oh, bitte! Geben Sie ihm den Rest! Ich versuch's! Du bist jung und bist ein Schild der Ange, das wirklich zum Weg führt. Das ist der Letzte! Vorsicht! Die Scheißdinger sind gepanzert! Sie greifen uns allen! Ich glaube, das ist Wurschtung! Geht unten! Feuer! Er ruft Bestimmung! Scheißdinger sind gepanzert! Jetzt steht er auf unserer Seite! Produziert mehr Familien! Faltet den Druck aufrecht! Vorsicht! Geben Sie nach! Ohne es! Kalt! Was kann ich tun? Schilder! Geben Sie die Saure! Ja! Wer hat die Geschenkontrolle durchbrochen? Ja! Die sind gepanzert! Schilder Sie sich unten draufhalten! Schilder! Geben Sie die Saures! Heiß! Setze Drohne ein! Machen Sie die Stimulantien bereit! Stimulantien bereit! Schilder Sie einen! Machen Sie das! Schilder Sie die Saare! Schilder Sie die Saare! Schilder Sie! Gehen Sie von ihnen! Gehen Sie! Gehen Sie an! Komm zu mir. Ich kann dir die Wahrheit über deine Existenz enthüllen. Doc, können Sie diese Stimme zum Schweigen bringen? Stimme? Wir hören doch gar nichts. Das ist vielleicht Mosaic, das irgendwie mit Ihnen zu kommunizieren versucht. Wie sollte das möglich sein? Und wieso mit mir? Interessant. Aber diese Frage kann warten. Origin. Der Gefangene Was hat das zu bedeuten? Was wollt ihr von mir? Nicht du bist es, den wir brauchen, sondern den Dämon, der dich kontrolliert Red endlich Klartext Der Dämon hielt sich sehr lange auf eurer Welt von Borden Er wartete, schmiedete Pläne für den Tag, da er sich zeigen würde Der Koffer bei Groom Range Was war in dem Koffer? Mit unserer Ankunft ist er wacht und hat seinen Gefangenen gewählt Nicht Zeige dich, Dämon Nein Zeige dich und sei unser Nein Was bist du? Ich war einst, was du bist Der Gefangene eines Dämon Ich stieß die Bestie von mir und zwang sie mir zu dienen Mir und meinem Volk Als ich es fühlte in unsere neue Welt Falsch, Kumpel Ihr seid hier in meiner Welt Kater, wie ist Ihr Status? Der Dämon? Ich verstehe nicht Kater, das Fenner am Wand Hat es funktioniert? Haben Sie Origin gefangen genommen? Origin ist nicht mehr wichtig Nicht mehr wichtig? Wie meinen Sie das, Kater? Lasst ihn brennen Er ist nicht das, wofür wir ihn hielten Irgendetwas anderes speist Mosaic Und das hole ich mir Kater, weg da! Mein Arm! Es ist, als wollte er sich selbst ausreißen Der Gefangene Ergreifst den Gefangenen Bands, jetzt! Roger, wir haben Ihre Position erfasst Origin ist tot Zu sagen, dass dieser Sieg Ungeheure Opfer gefordert hat Wäre eine Untertreibung Belastung ist zu viel für ihn Durchhalten, Uel Wir sind gleich da Doch zu sagen, der Krieg ist gewonnen Wäre eine Lüge Die Dimensionsportale sind geschlossen Alle Unser Feind ist verwirrt Und in Auflösung Doch er ist noch immer unter uns Die Marschroute ist klar Den Vorteil nutzen Die restlichen feindlichen Truppen besiegen Rückeroberung unserer Erde Dies ist unsere Stunde, Ladies und Gentlemen Wir müssen Sie nutzen Schön, Sie munter zu sehen, Kater Wir haben uns schon Sorgen gemacht Ich bin noch nicht am Ende, Doc Gut, Direktor Fogg hat sich schon nach ihnen erkundigt Er braucht sie draußen Der Krieg ist noch nicht vorbei Nicht an, nicht an, nicht an Neh Ley Und Untertitelung des ZDF, 2020